Was ist das hier? Pssst. Äh, was machst du da? Ich habe gelauscht. Der Herde. Willst du eine Tarnprüfung machen? Ich weiß nicht. Du musst dich entscheiden. Wer bist du? Ich bin der Hüter des Jagdgrunds, unternannt worden von der Jägerloge. Die Tarnprüfungen sind schwierig. Welche willst du versuchen? Ich werde sie dir erklären. Die Wächter der Herde greifen schnell an. Erledige sie aus der Tarnung heraus. Zeig, was du kannst. Sehr schön. Rutsch ein Seil runter, um zu beginnen. Rutsch ein Seil runter, um zu zitten. Gerne, ein Seil runter. Die Tarnung herauskommt. Sie haben wirklich kein Schimpel. Guck dir Guck dir. Das war's. Das war's. Das war's. Dass eine Fremde das schafft, beim ersten Versuch, nimm diese Glutsonne als Beweis. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.